Moin von den Trials und in diesem Video spielen wir das erste Mal Call of Duty oder eher gesagt Warzone und ich hab mir jetzt schon mal ein paar Sachen anguckt und zwar den Battle Pass und so und wie man einfach Ready machen kann oder generell einfach mal was man da so machen muss das Einzige was ich noch nicht nachgeguckt hab ist wie die Runden laufen also ich bin auch nicht in eine Runde gegangen und ich dachte mir wir gehen jetzt einfach zusammen in die erste Runde rein und wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt mit Call of Duty oder eher gesagt Warzone dann könnt ihr gerne vorher schon mal ein Like und ein Abo dalassen und wir sagen sehen wir uns gleich in der Runde So Freunde wie man sehen kann sind wir jetzt hier schon in der ersten Runde drinne und von der Flugzeug brennt einfach komplett kaum was mit denen abgeht und wenn jemand sehen kann dann hat sich die Map auch verändert weil ich hab früher einmal gespielt für einen Tag aber dann hab ich's gelöscht weil das einfach zu viel Gigabyte irgendwie so verbraucht hat deshalb hab ich mir jetzt mal wieder runtergeladen und die Map hat sich halt komplett verändert und ich würd sagen wir landen mal im Powerplant ah ich bin viel zu früh raus als ich wohne Egal landen wir woanders dann landen wir einfach mal hier unten sieht auch nicht schlecht aus deshalb vielleicht ist Go ich würd sagen wir landen jetzt hier erstmal in diesem Grünhaus aber Freunde was mir schon auffällt direkt am Anfang man kann einfach nicht rückwärts fliegen das regt irgendwie das regt komplett auf Tür öffnen so das regt halt komplett auf dass man äh Dings da Bums dass man nicht rückwärts fliegen kann von wir haben direkt eine Weste die gönnen wir uns so let's go die nehmen wir uns natürlich auch noch mit die ist natürlich sehr wichtig das haben wir hier äh Vorrangkiste lokalisiert Position sichern aber warte mal aber warte wie kann man sneaken ne ich muss kurz gucken wie man sneaken kann ne äh ah hier kann man Sachen ablegen ich will kurz gucken wie man sneaken kann ich freund ich weiß es nicht mehr das ist so schlecht egal vielleicht kann man auch gar nicht sneaken das ist ja auch komplett los von mir aber egal vor uns sind direkt Fights oh mein Gott da hab ich gar keinen Bock drauf gerade deshalb blute ich hier erstmal Kiste ne Pistol brauchen wir natürlich nicht noch ne Kiste so was haben wir hier MP40 heißt die Waffe boah das sieht nach einer kompletten Sprayer Waffe aus die ne ich natürlich nicht mit beim Spray bin ich natürlich Legende was haben wir hier ah hier haben wir eine Sniper auch interessant aber ich bleib jetzt erstmal bei dieser AR und Freunde das Ding ist hier kann man halt nicht bauen und das ist halt in dieser Ego Perspektive dann ist das glaube ich nochmal deutlich schwieriger Gegner aufzuspüren deshalb möchte ich jetzt nicht hier so Open Field rumlaufen was ist das hier ne ich glaub das ist die gleiche Waffe oder nur ne irgend so ne kleine Änderung von der Waffe was haben wir hier sieht auch nach einer Sniper aus ja ne Sniper ok das Ding ist wir könnten jetzt hier theoretisch drin campen aber so ein Camper würde ich jetzt auch nicht sein deshalb gehen wir hier mal aus dem Fenster raus so erstmal Fenster kaputt gemacht sorry wenn ihr wollt kann ich das auch erstmal wieder bezahlen aber ist ein anderes Thema also wenn ich ein Windhole dann kann ich das Fans da gerne bezahlen von hier hier liegt keine Money hier war jemand aber wo ist die Frage auf jeden Fall war hier einer ich muss mir hier nur noch finden vielleicht sieht er mich auch gerade das ist halt immer so risky wenn man hier so Open Field rumläuft man kann halt von jeder Seite gesnipet werden gelatert oder sonst was und vor uns sind Fights Freunde ich würd sagen wir gehen da mal hin gucken was da abgeht 115 Spieler leben noch das ist ja auch anders als im Vortenland hier leben halt 150 Spieler oh hier sind überall Fights Freunde und wir haben hier noch eine zweite Chance im Gulag das ist auch nice Freunde Freunde der kämpft hier oben drin ich sehe schon schwarz für mich aber ist egal richtig geht's hinter mir Freunde ich habe Angst ich habe richtig Angst das meinte ich er ist mies ich habe ihn noch mies gelatert oh Mann, guckt euch diese Hits an die ich hier noch gegeben habe egal Freunde wir kommen jetzt in Gulag rein und ich hoffe einfach dass wir jetzt noch den Gegner im Gulag besiegen das wäre richtig nice du bist jetzt im Gulag okay Freunde ich würd sagen wir warten jetzt einfach mal bis wir hier unten in diesem Kampf Ding sind und dann sag ich mal bis gleich Freunde jetzt bin ich dran let's go komm ist der Gegner kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein ja ja Digga er hat sich komplett Aim-Mod und ich hab ihn nicht gesehen ja komm er war dahinter ich hab ihn nicht gesehen und einmal kam er da und der hinter ja also kommt der Aim-Mod egal Freunde wir machen jetzt einfach noch eine neue Runde und dann würde ich sagen sehen wir uns vielleicht nochmal in der zweiten Runde bevor wir mal sehen sind wir jetzt hier schon wieder im Flieger drin und ich würde sagen diese Runde landen wir einfach mal in Arsenal und dann würde ich sagen sehen wir uns auch mal gelandet sind ich würde sagen wir landen jetzt hier erstmal im hintersten Haus und da hinten habe ich schon einige Gegner gesehen aber Freunde ich komme gar nicht klar mit der Landung äh ich klatsche dagegen ja schau drauf das Primärziel ist alle Feinde auszuschalten so let's go wir haben schon mal eine Panzerrüstung da kann ich mich schon mal voll heilen das machen wir schon mal so jetzt erstmal die Panzerrüstung gone let's go jetzt liegt hier wieder eine Waffe das ah da ist schon wieder diese AR ja nehm ich erstmal mit dann liegt hier noch eine Panzerplatte hier liegen auch noch mal einige so kurz hier hoch let's go so da hinten ist schon mal die erste Kiste dann bekommen wir sogar direkt eine gute Waffe mhm ne das sieht aus nach einer Schallgäden für eine Pistole die sieht glaube ich jetzt nicht so krass aus und wir können jetzt hier oben drauf kämpfen das wäre glaube ich richtig krass oder aber nein sowas mache ich nicht deshalb gehen wir direkt weiter mhm Tür erstmal mit FBI open up öffnen ich glaube hier ist sogar jemand gelandet jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen ich glaube ich habe den Schriften ich glaube ich habe seinen Schritt das ist über mir der ist instant über mir Freunde das ist jetzt ein kleines Problemchen ich bin sogar direkt dran wichtig freunde sehr sehr wichtig ich glaube das zählt sogar jetzt als kill also dann haben ich habe ein kill sehr sehr wichtig und so kommen wir jetzt raus bitte ok wir können jetzt hier sieht geil aus von den will hatten jetzt hier in diesem gebäude in runway wir haben es tatsächlich noch hierhin geschafft aber es ein bisschen knapp wurde ich hoffe mal wir finden hier noch eine geile angreif ich habe jetzt angefangen das ist halt das problem deshalb bin ich jetzt halt ein kompletter aber jeder hat mal so angefangen seid mir ehrlich aber freundlich sagen wir sehen uns wieder wenn wir da unten wer in dem gefängnis drin sind ok freundlich sind jetzt drin aber ich habe kein gutes gefühl ich bin ehrlich freundlich hier raus oder nimm das ziel ein ja freunde das war halt das komplette kackgefühl ja freundlich erstmal so ein anfangen also man merkt halt ich bin kompletter aber ich hoffe euch hat es schon was zum spaß gemacht dann könnt ihr gerne mal ein like und ein abo da lassen dann würde ich sagen bis zum nächsten mal hat rein und peace